Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Five Nights at Freddy's. Das könnte möglicherweise die letzte Folge sein. Ich bin mir da aber noch nicht sicher, weil so langsam macht es mir auch keinen Spaß mehr ständig von denen erwischt zu werden. Gerade jetzt bei Nacht 5 werden die richtig extrem. Mir ist jetzt vor allem ein paar mal auch die Aufnahme abgeschmiert. Ja, und in den Runden, wo das passiert ist, war ich auch immer so ganz knapp davor. Ja, mal gucken, was das jetzt gibt. So. Ne, Tastatur brauche ich eigentlich gar nicht. Kann ganz weg. Es wird ja eh nur die Maus benötigt. Es sei denn, ich drücke Escape, dann beendet das ganze Spiel. Was natürlich sehr gut ist. So, wo ist die Maus? Oh, die war nur im zweiten Bildschirm. Ist gut, wenn ich nämlich einmal auf den zweiten Bildschirm drücke, dann schmiert die Aufnahme ab. Eher gesagt, dann beendet sich Crabz. Warum auch immer. Erkältet. Die sind alle weg. Okay, Foxy schon da. Freddy beobachten. Ah, ja, übrigens, ich hab die Kamera auch woanders hingehängt. Die war sonst immer auf der Seite vom Bildschirm. Also, ihr müsstet alles andersrum gesehen haben. Und jetzt ist die auf, ja, auf der linken Seite des Bildschirms. So. Der Fuetti ist schon weg. Der Fuetti, der ist der Hauptpunkt. Auf den muss ich besonders aufpassen, weil... Der kommt näher und der wird auch nicht mehr verschwinden. Wenn er jetzt... Der kommt jetzt Schritt... Schritt für Schritt näher. Ja. Ja, und auch Foxy. Weil, wenn Foxy auch mal losgerannt kommt, dann hab ich ein Problem. Hallo. Ja. Er ist weg. Das meine ich, er ist jetzt auf der Toilette. Und du sollst mal da weggehen. Ja, der müsste... Ja, hier oben ist er. Okay. Ich muss ihn einfach nur die ganze Zeit beobachten. Und das reicht schon. Ich glaube, es ist nur... Hier, Bonnie. Es dürfte da stehen. Ist immer noch da. Immer vor dem Auge bei. Immer vor dem Auge bei. Das ist Hauptsache. Der darf sich nicht bewegen. Wenn er sich bewegt, dann bin ich immer... Ein Problem. Immer wieder so ganz kurz auf die Cam gucken und achten, ob er gerade da ist. Ja. Der muss da noch sein. Der ist da definitiv noch. Nur jetzt gerade sieht man den nicht mehr, ob der da ist, weil... Ja, siehste. Weil Chica da war. Also, ne, der ist immer noch da. Jetzt gerade... Jetzt gerade läuft das noch ganz gut. Hase. Bonnie. Verzieh dich. Jamai. 50% haben wir nur noch. Ich hoffe, es wird in der Zeit dann auch nach 3 mal. Nach 3. 3 Uhr. Oh, shit. So. Lauf der nah. Oh. Äh, ja. Chica steht da jetzt. 3 Uhr haben wir jetzt. Jetzt gerade bin ich doch ein bisschen... Ich will das schaffen jetzt. Und momentan sieht es ganz gut aus. Weil Fuerti steht da noch. Okay, der ist da. Okay. Und jetzt steht da noch immer. Aber ich glaube, das schaffe ich schon gar nicht mehr wegen der Energie. Jetzt steht sie davor. Okay, jetzt weiß ich, wo ich immer hingucken muss. Ich glaube, auf Chica muss man da gar nicht aufpassen, wenn die da ist. Oh. Ich habe fast auf die Tür gedrückt, bis sie wieder offen geht. 4 Uhr. 26% könnte knapp werden. Ja, jetzt steht er hier. Okay. Das kam jetzt sehr überraschend. Ja, ich glaube, jetzt dürfte er vor der Tür stehen. Aber ich habe noch keinen, also nicht dieses Weinen gehört von dem. Er macht ja mal sein, äh, sein schönes... Das. Ja, hallo. Hallo. Ich komme schon, wenn es 5 Uhr wird und ich dann sterben sollte. Also, wenn Fuerti dann sein typisches hier auftauchen und dann seine Musik abspielen macht. Dann habe ich vielleicht noch eine Chance, weil das dann ja länger dauert. Dann muss es jetzt 5 Uhr werden. Dann muss es jetzt 5 Uhr werden. Dann muss ich auch noch mal auf Hoxie. Ich meine gut, ich habe nicht mal auf Hoxie geachtet, aber trotzdem... Ja, ich versuch's nochmal. Ich bin halt, ne, wie gesagt, kurz davor aufzugeben und dann den zweiten Teil anzufangen und dann den dritten und den vierten. Dann muss ich noch mal aufpassen. Ja. Wer steht jetzt wo? Siehste, weil ich nicht aufgepasst habe, jetzt muss ich ihn wieder hier im Auge behalten. Ja, jetzt habe ich schon verloren. Es wäre schön, wenn die sich auch, wenn die Tür offen ist, noch verziehen würde. Aber das wäre dann wahrscheinlich zu leicht. Scheiße. Foxy. Wie lange ging das jetzt? Also da steht jetzt, dass ich seit 11 Minuten aufnehme. Aber man sieht schon, ich erschreck mich auch gar nicht mehr. Also es ist nicht mehr so gruselig wie in der dritten, vierten und fünften, anfangen der fünften Nacht. Immer schön auf dem Freddy achten hier. Zack, da bist du! Foxy ist noch da drinnen. Ah, du guckst mich an, Bär! Nee, jetzt nicht mehr. Der hat gerade kurz geguckt. Du bleibst schön da. Du bleibst schön da. Heute gibt's. Erstmal raus tappen. So, du bist jetzt hier. Jetzt da immer drauf achten. So, du bist jetzt hier. Jetzt da immer drauf achten. Ich höre gerade, äh, Chica. Ich höre gerade, äh, Chica. Dann halt nicht. Okay. Jetzt die Cam, Kapoor. Ach, du bist dafür jetzt hier. Ist auch schön, ne? Zwei Uhr, ey. Verzieh dich. Jetzt bist du hier, ey. Und ich muss das kontrollieren. Ich habe es genau richtig kontrolliert. Ich höre nichts. Jetzt gerade, warum sind die jetzt so? Warum zeigen die sich nicht? Ich meine, mir soll es egal sein, ne? Wenn sie nicht kommen. Ich glaube, die wollen jetzt gerade sogar, dass ich das schaffe. Kurdi bewegt sich jetzt gerade auch nicht. Okay, jetzt höre ich wieder Schritte. Na, na, hier aus. Das ist nice, jetzt gerade. Schaffe ich's? Was meint er? Ich glaube, ich gucke viel zu oft wieder auf die Cam. Ich habe die Tür gar nicht gecheckt, okay. Okay, clear. Okay, clear. Let's sit down for the Tür. Figur. Oh! Knapp. Wert 5 Uhr. Ey. Sieht ja noch nicht schlecht aus, ne? Es sei denn, Foxy springt jetzt wieder einfach so rein. Na, die Camps sind jetzt grad wieder down. Wert 5 Uhr. Ja! Und ich hab noch 20%. Fertig bewegt. Auf der Toilette. Ich hab jetzt die falsche Cam ausgedreht. Ist mir egal. Ich achte jetzt lieber auf Foxy. 4%. 4%. Komm schon 1% Ja, ich hab gewonnen. 6. Ich hab's geschafft. Ich hatte ja allen Mut verloren gerade, ey. Ah. Boah, ich hatte allen Mut verloren, dass ich das jetzt nicht mehr packe. Mike Schmidt, 120 Dollars. Hat er es nicht wirklich verdient? Fastbier Entertainment. Ja, nice. Sechste Nacht. Einen Stern. Ich hab einen Stern. Ich hab einen Stern. Geil, ich hab alle 5 Nächte geschafft. Jetzt die sechste Nacht. Machen wir die jetzt auch noch? Ich würd sagen, ja. Komm. Wahrscheinlich werde ich sofort drauf gehen, aber egal. Nice. So, jetzt hab ich wieder allen Mut. Hier, einmal gucken. Okay, jetzt sind alle da. Alles klar. Alle weg. Egal. Nacht 6, ey. Einen halben Dollar können wir mit dieser Nacht noch verdienen, hab ich gelesen. Ich hab ja in der Playlist, äh, da steht das ja drin, wen wir spielen und warum. Da steht so eine ganze Beschreibung in der, also, in der Playlist, ja. Wieso das Ganze hier passiert, aber ich werd in Nacht, äh, Nacht 3, äh, im dritten Spiel, das mal, äh, genauer erklären. Weil ab dann, macht das alles einen Sinn. Da kann man das dann besser auch erklären. Okay, machen wir gerade. Ich glaub, der ist so eine Wege. Hm. 12 Uhr, jetzt grad, äh, sinkt das, aber... Ja, 1 Uhr. Ja, jetzt ist er wieder so nah dran. Schika, bei Chika ist der Vorteil, die bleibt die ganze Zeit in der Küche. Das ist, äh... Das ist sehr gut. Oder, ja, sie geht wieder zurück. Aber meistens bleibt die eher in der Küche. Nur Bonnie kommt. Hm. Äh, diesmal wird das, glaub ich, nichts. 1 Uhr ist es noch. Und, äh, wir haben schon zu viel verbraucht am Prozent. Okay. Jetzt gerade sinken die Prozente zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Okay. Äh, was ist mit dir? Naja, der ist schon wieder zu nah dran. Der Freddy. Schlecht sieht's noch nicht aus, aber weil Freddy schon so nah ist, das könnte gefährlich werden jetzt. Es geht... äh, sehr gut. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. 3 Uhr und wir haben 50 Prozent verbraucht. Foxy macht gar keine Macken. Äh, da bist du. Okay, 43 Prozent verbraucht. Okay, 43 Prozent. Komm, mal wieder hier, nach dir schauen. Okay, du bist immer noch da. Okay, 43 Prozent verbraucht. Okay, 4 Prozent verbraucht. Okay. 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 Okay, ne, diesmal werde ich drauf gehen. Ich habe das 30. Das war's für heute. Ich bin gerade zu ruhig, ich weiß, aber ich bin gerade konzentriert, ich will das schaffen. Jetzt gerade habe ich doch wieder den Ehrgeiz. Ich bin gerade mit dem 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 Ehrgeiz. Ich werde in der nächsten Folge noch drei Versuche machen, denke ich mal, jetzt wo ich in der sechsten Nacht angekommen bin. Okay, dann lasst wie immer ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video von 51940s wieder. Tschüss. 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 Tschüss.